Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf Griefer Games und mit dabei ist Wipex. Was geht ab... Hä, was hast du denn für ein Skin dahinten, doll? Ja, moin. Alles klar. Okay, ich hab... Leute, ich hab ein Undercover-Account. Wir werden heute ein bisschen Scammer suchen und mein Skin sieht einfach mal super hässlich aus. Ist halt einfach ein Baum. Äh, ja gut. Ist halt einfach ein Busch oder so. Aber ganz ehrlich, Wipex, du siehst doch nicht mal besser aus, hä? Doch, ich bin wirklich ein Mensch. Ich bin wirklich ein Mensch. Nein. Ja, du bist... Ich bin vielleicht ein Baum, Wipex, und ich seh vielleicht nicht so hübsch aus, weißt du? Du bist ein Baum, Dusch mit Dreck und... Aber guck mal, wie du aussiehst, Wipex. Also ganz ehrlich, von uns beiden bist du ja wohl der, der noch ein bisschen hässlicher ist, oder? Nein. Ich bin ja wenigstens ein Mensch. Oh mein Gott. Zum Glück hab ich Supreme, da kann ich mal kurz den Skin einfach mal ändern. Okay. Oh, soll ich dir auch mal einen Skin setzen, Wipex? Och nee. In Ernst. Ich hab ne... Leute, ich hab ne Idee. Denn in dieser Folge gibt's was ganz Besonderes. Ich hab keine Idee. Ich glaube... Ich glaub, weißt du was hier, Wipex, das mach ich mal. Oh nee. Du kriegst von mir auch einen neuen Skin. Ich bin jetzt hier als Notch unterwegs, Wipex. Das ist alles, äh, ganz cool. Du bewegst von dem Skinnen. Wenn UpGin eine Idee hat, die gegen mich ist, dann... Das ist nicht gegen dich, Wipex. Das ist gegen die Scammer. Das ist ne super Strafe für die Scammer. Ich sag's dir, damit können wir jetzt super die Scammer bestrafen, Leute. Seid gespannt, ich sag's sofort. Was machst du denn, du? Das... Du wirst es jeden Moment sehen, Wipex. Okay. Ich brauch halt ein paar Sekunden, weißt du. Es ist gleich fertig und dann wirst du sehen, was passiert. Bleib gespannt, Wipex. Okay, ich bin ganz gespannt, Wipex. Das wird cool, das wird cool. Also, ich glaub auch generell wird das cool, um einen Scammer zu bestrafen, Leute. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, weil die... Oh, es hat geklappt, es hat geklappt. Oh nee, UpGin. Ich bin doch nicht so ein Dreckskin. Also, das ist wirklich ein Dreckskin. Leute, das ist ein richtiger Dreckskin. Wir machen heute folgendes in der Folge. Und lieber Wipex, du bist auch Weiß... Was hab ich hier auf dem Kopf? Was ist das? Was ist das? Das sind Zündschnur? Haare, glaub ich. Nein, das sieht aus wie eine Zündschnur, Alter. Was ist das? Leute, wenn ihr jemanden seht mit diesem Skin, dann wird das wahrscheinlich ein Scammer sein. Denn wir werden ab jetzt immer Scammer mit diesem Skin bestrafen. Die müssen dann hiermit rumlaufen für einige Zeit. Und ja, also wenn ihr diesen Skin hier seht bei irgendeinem, denkt dran, das könnte wahrscheinlich ein Scammer sein, Wipex. Du bist jetzt quasi gerade geoutet als Scammer und siehst einfach ein bisschen hässlich aus. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Mal gucken, was für Scammer gerade auf dem Server sind, Freunde. Hier ist einer, der verkauft 13 Beacons, Wipex. Der X-Vexit. Genau, genau. Lass uns mal dahin gehen. X-Vexit. Oh, da ist er schon. Hallo, was geht ab? Ich schreib dir mal direkt einfach an und sag mal, ich kaufe, ja? Ich kaufe die. Und kaufe einmal mal direkt. Ja, ich würde sagen, wir haben einen Speedtest, Leute. Leute, du hast deinen Skin nicht geändert, Wipex. Du läufst echt mit diesem Dreckskin rum. Hättest du noch ihr noch nicht? Oh mein Gott. Wo liegt das, dass es ein Scammer ist? Also Leute, er hat schon mal die Beacons in der Hand. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, als Strafe wird es auf jeden Fall einen anderen Skin geben. Und natürlich werden wir auch bei seinem Haus noch was machen. Vielleicht gibt es Community Grief. Ähm, was muss ich denn jetzt bezahlen? Was hat er nochmal geschrieben? Äh, 12.900 oder so? 12.900. Warte, 12.900, ja. Also 100, ähm, 100 Dollar Rabatt kriegst du quasi. Und ja, 100 Dollar. Ist ein Beacon gerade wirklich nur bei 1K, Wipex, oder ist der vielleicht teurer? Ich glaube sogar, die sind ein bisschen teurer, oder? Könnte sein, 1.2 vielleicht oder so, ja. So, ich paye jetzt direkt mal hier die 12.900 Dollar, Leute. Mal sehen, das ist ein Scammer. Also, das werden wir jetzt jeden Moment rausfinden. Das Geld ist raus. Und er droppt direkt. Wie viele Beacons kriegen wir? Oh, wir kriegen... Und, 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 das sind 13. Okay. Der ist sehr scammt auf jeden Fall nicht, Leute. Das ist ein fairer Spieler, hat auch einen Gui-Verrang und so. Alles cool. Da würde ich sagen, nur kommen wir direkt mal weiter. Gehen jetzt mal einen Speedtest. Mal sehen, wer denn hier noch so aktiv ist auf dem Server und wer vielleicht scammt. Oh, hier. Hier verkauft noch einer einen Beacon. Und zwar der Cotton Crafter-Fan, Wipex. Der Cotton Crafter-Fan? Was ist das denn schon direkt? Der ist ein normaler Spieler. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, ne? Und wir, wir werden mal gucken... Obwohl, ein Beacon geht halt klar an sich. Also, könnt ihr halt sagen, obwohl... Ich schreib dir mal... Ich schreib dir direkt mal, ich kaufe. Er hat den auch schon platziert, Leute. Er hat den platziert. Wieso platziert er den dann, Leute? Der hat, der hat halt einfach gar nichts. Weißt du, der hat wirklich gar nichts. Der hat so eine Dia-Rüstung hier, ein leeres Plot und ein Beacon. Ja, moin. Gut. Was bietest du, sagt er? Was biete ich denn? Äh, 1... 1K, schreib ich mal. 1K, ja. Mal sehen, ob der sich auf 1K einlässt, Leute. So, ich mach's nochmal kurz ein bisschen heller für uns. Zack. So, er schreibt 1,2K. Äh, dann schreib ich mal zurück 1,... Obwohl, wir machen einfach... Okay, wir machen heute Speedtest, Wipex. Ich pay dem jetzt einfach mal direkt die Kohle hier, 1200 Dollar. Und dann schreib ich mal, hab bezahlt. So, und dann müsst ihr uns jetzt das Ganze hier geben. Also, das war der Speedtest. Er baut ihn noch direkt ab und wird er auch fair sein. Jetzt haben wir heute keine Skeps... Ich hab ihn. Hast du ihn? Ja, ja, ich hab ihn. Okay. Ja, gut. Das heißt auf jeden Fall, dass der wahrscheinlich nicht gescammt hat. Ist nur doof, dass... Hat der jetzt noch irgendwas? Es ist nur doof, dass du den jetzt eingesammelt hast. Weißt du, theoretisch? Hier, please, schreib da. Okay, ich geb ihn einfach mal wieder bei dem, würde er eh wieder... Ja, gib ihn mal wieder. Jetzt muss er mir den dazu werfen, dann ist... Oh, er lässt ihn... Ja, okay, er möchte eh, dass du den nimmst. Okay, der ist auf jeden Fall auch fair, Leute. Concrafter-Fan, Grüße gehen raus. Aber wir suchen auf jeden Fall weiter nach einem Scammer, Leute. Guck mal ab, ähm, Pizzaman-FTO. Verkaufe Wächte-Eck und Villager-Eck jetzt jeweils 20k. Wollen wir nochmal hingehen? Wie heißt der Pizzaman-FTO? Okay, wo ist der? Bei welchem Grundstück? Der verkauft was krasses? Der verkauft Villager-Eck und Wächte-Eck für jeweils 20k. Hä, aber der hat doch... Der hat doch... Warte mal. Der hat aber gar kein Grundstück, Wildbacks. Hä? Hä? Nee. Doch, tödlich. Wo denn? Pizzaman-FTO. Ja, aber die sind alle leer, weißt du? Hier ist gar nichts gebaut. Ich schick dem einfach mal eine TPA. Mal gucken, was da passiert. Ich weiß, dass die ein Clan-Grundstück oder so haben. Diese FTO. Echt? Der FTO ist ein Clan. Oh, dann wird's spannend, Leute. Mal gucken, ob der FTO-Skal-Clan was mit Scammer zu tun hat. Ich hab mal eine... Oh, er hat angenommen. Er hat angenommen, Wipex. Er nimmt an. Das heißt, wir sind gleich da. Ja, ja, ist gut. So, ich bin... Oh, der ist am spawnen. Der ist einfach am spawnen. Okay. Okay. Dann schreib ich dem mal, ich kaufe. Was kaufe ich denn überhaupt? Ein Wächter-Eck oder ein Villager-Eck kannst du kaufen. Oder beides. Über 20k. Ich schreib mal Wächter. Ich schreib mal Wächter-Eck. So. 20k kostet das? Ja. Gut, Leute. Jetzt machen wir einen Speedtest. Ich nehm mal hier Pizza-Eck. So, ich bezahle dem 20.000 Dollar. Und hab bezahlt. Kommst, erstes GS. Okay, dann gehen wir da mal zum ersten Grundstück hin. Oh, jetzt seid ihr hier. Jawohl. Da sind wir schon. Ich hab schon bezahlt, Leute. So, ich mach es uns aber noch mal ein bisschen heller, ganz kurz. So. Und bin mal gespannt. Er gibt's mir einfach. Er gibt's mir einfach. Ganz ehrlich, Freunde. Seitdem wir was gegen die Scammer machen, werden es einfach immer weniger. Wir haben jetzt schon drei Leute hintereinander, die einfach nicht scammen. Richtig cool. Oh, Wipex. Guck mal. Hier ist gerade der Diego Antoli. Der schreibt, er verkauft einen Spawner für 50k. Für 50k. Das ist aber mal ultra günstig, oder? Für einen Spawner. Ich dachte, ich koste ihn gerade über 100k. 150k, 100k, ja. Ich geh mal direkt zu dem Diego hin. Ähm, so. Ähm, Wipex, der Typ hat einfach nur ein kleines Holzhaus. Ein Holzhaus? Und da ist, ähm, okay. Wisst ihr was, Leute? Das sieht mir sehr, sehr fishy aus. Ich schreib direkt mal, ich kaufe. Ähm, so. Ich schreib mal direkt, ich kaufe das Ganze. Und er schreibt schon, okay, perfekt. 50k für den Spawner. Er ist hier echt jetzt. Ich schreib noch mal, 50k sicher. Und, Leute, ohne Scheiß, der hat zwar einen Ultrarang hier, aber das sieht mir mal so verdächtig aus. Guckt mal. Der Typ hier hat einfach ein Haus aus Holz. Hat der denn überhaupt irgendwas am Start? Der hat einfach einen Beaten. Der hat, okay. Aber wo ist denn sein Spawner dann? Er hat nirgends von einem Spawner auch nicht seinen Ender-Test oder so? Ne, ne, in der Ender-Test nicht. Der Spawner kann nur in dieser einen Truhe sein, Leute. Er hat eine Truhe aus dem Erste, oder? Ja, ja. Dann ist es in der Truhe. Guck mal, der eine schreibt mir sogar schon, kauf nicht. Der hat das nicht mal in seiner Ender-Test. Selbst der Typ hier schreibt, kauf nicht. Ja, moin. Okay. Warte, ich schreib dir noch mal an 50k sicher. Ich glaub, der ist grad voll beschäftigt mit seinem Haus hier. Was macht der denn? Ach so, weißt du, er dreht sich nicht mal um zu mir. Er schreibt einfach ganz sicher Pay. Ja, moin. Okay, weißt du was? Ich riskiere das jetzt einfach mal hier. 50.000 Dollar. Zack. Ist gebaid. Und dann schreib ich mal zurück. Okay, habe. Ich schreib auch mal diesem anderen Typen, dass ich gepayt hab. Habe schon 50k gepayt. So, ich schreib das mal diesem anderen. Der macht sich bestimmt richtig lustig über uns. Der Endergamer, Leute. So, jetzt warte ich mal ab. Der guckt, glaub ich, in die Truhe. Oh, er macht die Truhe auf, Wipex. Er macht die Truhe auf. Das ist schon mal... Das ist mal ein richtig gutes Zeichen. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Er macht die wieder zu. Droppt der jetzt nicht spawnen? Also, er muss auf jeden Fall den anderen hier... Was? Nein, der greift mich an! Was? Ich hatte doch die vierze... Hat er jetzt irgendwo getötet? Er hat mich gekillt, Mann, ja. Echt? Er hat mich voll gekillt. Ich hatte einfach... Guck mal, der Typ versucht ihn zu schlagen. Hier, der will mir helfen. Oh, moin. Warte, ich schreibe mal diesem Endergamer da. Er hat mich voll abgezogen. Ich habe mich abgezogen, ja, moin. Leute, oh mein Gott. Ich wollte gerade schon sagen, auf Rüfergames gibt es keine... Es tötet der den anderen auch noch. Oh mein Gott, Leute. Bitte lasst einen Daumen nach oben für die Folge da. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte schon, die Scammer gehen zurück. Und dann erwischt man einfach so einen Typen, der mal wieder super asozial ist. Ich schreibe dem direkt mal, ähm, warum bist du so ein Arschloch? Was macht der denn jetzt? Hast du ihm schon einen Scammer-Skin gegeben? Nee, nee, noch nicht. Ich mache es sofort. Er zeigt mir seinen Popo. Was? Okay. Okay. Ich frage jetzt erstmal... Guck mal, er schreibt dir einen Eindruck, schreibt auf der kleine Arsch. Ich frage dir mal, warum er so gemein ist, Leute. Warum ist der Diego denn nur so ein Arsch? Oh mein Gott. Du kannst übrigens auch mal rüberkommen, Wipex, auf den... Ich bin auf Citable 1, ne? Wenn bei dir nichts los ist. Achso, ähm, ich war gerade auf Citable 3, um zu gucken, aber... Er schreibt gerade, weil ich reich bin. Weil ich reich bin. Wie? Aber der... Der ist doch nicht reich. Warte, ich gucke mal nach, wie viel Geld der Typ hat. Diego. Laut Konsole hat der gerade mal 51.000 Dollar. Leute, jetzt setzt er die... Jetzt setzt er meine Beings hier hin. Was ist das für eine freche... Was ist das für ein frecher Typ, Mann? Okay, warte, dann schreibe ich dem jetzt mal. Okay, dafür bestrafe ich dich jetzt, du Lappen. So, Leute. Jetzt werden wir den neuen Scammers, äh, Befehl mal benutzen, um den hier zu bestrafen, Leute. Ich mach einfach mal Slash Scammer. Und jetzt wird es noch ein paar Sekunden dauern. Dann ist der Ganze hier gebrannt, Marc. Ey, er schreibt jetzt Opfer zu mir. Wipex, was ist das für ein... Okay. Ja, ja, moin. Der wird sich doch noch wundern, Leute. Der wird sich... Guck mal, jetzt muss er mit so einem richtig hässlichen Skin... Oh mein Gott. Alter Schwede, ist das hässlich, Mann. Ist das hässlich. Und es ist gerade sogar ein bisschen verpackt. Guck mal, das Schwert schaut ja einfach in eine andere Richtung, Leute. Eieiei. Ich würde sagen, auf jeden Fall werde ich das Geld mal von diesem Typen hier löschen. So. Jetzt schreibt er zurück. Was bist du denn für ein Drecksprime? Mach den Skin weg. Wann, ich schreib mal zurück. Nö. Du Lappen. Aber ganz wichtig, der rennt jetzt hier mit dem Scammer-Skin rum. Aber wir können ihm natürlich auf gar keinen Fall... Ups, warte mal. Ich muss mir noch eben die Rechte geben. Wir können ihm auf gar keinen Fall so viele Beacons hier lassen. Die müssen wir wegnehmen. Guck mal, eine Truhe. Er hat einfach keinen Spawner. Er hat einfach gar keinen Spawner. Er schreibt einfach nur Blödsinn, dass er einen Spawner hätte. Hat er noch irgendwas Cooles in der Inf? Ich guck mal nach, Leute. Okay, meine Diamanten, die hole ich mir auch noch wieder. Hat er noch irgendwas in der EC? Tediego? Ne. Okay. Leute, wisst ihr was? Dann gibt es noch einen fetten Pick hier. Der Typ hier kann einfach mal ohne Grundstück mit diesem hässlichen Skin rumlaufen. Whitebacks, ich würde sagen, wir werden auch das Video jetzt. Noch einen sehr schönen Tag, Leute. Gebt bitte einen Daumen nach oben. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.